Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Chinas langen Marsch ins All. Viel Spaß! Seit über einem Jahr habe ich ein Video über Raketen aus China angekündigt. Jetzt habe ich mich mal auf den Arsch gesetzt und einfach drauflos recherchiert. Denn, das muss ich auch sagen, von der chinesischen Raumfahrt hatte ich bisher relativ wenig Ahnung. Vermutlich auch, weil relativ wenig über die chinesische Raumfahrt berichtet wird. Bestimmt ist für unsere Raumfahrt-Nerds die Sprachbarriere eine große Einstiegshürde. Klar, liegt es natürlich auch daran, dass das chinesische Raumfahrtprogramm nicht so in der Öffentlichkeit stattfindet, wie jetzt das Starship von SpaceX. Ich würde aber vermuten, der Hauptgrund liegt an unserer westlichen Ignoranz und Vorurteilen. China, bäh, die klauen doch eh nur, die Qualität ist doch nur made in China und wie ist das überhaupt mit den Menschenrechten? Ja, ich denke, wir machen einen großen Fehler, wenn wir alles Chinesische auf diese Vorurteile runterbrechen. Denn, das muss man auch sagen, China ist Europa nicht Jahre voraus, was Startkapazitäten und bemannte Raumfahrt angeht. Das würde nämlich voraussetzen, dass die europäische Raumfahrt ähnliche Ambitionen oder wenigstens Pläne wie die chinesische hätte. Diese Pläne gibt es aber nicht. Man könnte sogar sagen, die chinesische Raumfahrt spielt nicht in einer anderen Liga. Wie in Europa, wir haben noch nicht mal angefangen, den gleichen Sport zu spielen. Das Video heute wird dir präsentiert von NordVPN, dazu später mehr. In der heutigen Episode gehen wir im Schnelldurchgang alle langen Marschraketen durch. Wir schauen uns an, mit welcher Technologie China bei seinen Trägerraketen eigentlich arbeitet und ich gebe dir nebenbei ein System an die Hand, wie du die vielen langen Marschraketen besser auseinanderhalten kannst. Wie immer bei mir findest du unter dem Video zu den eckigen Klammern Quellen, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Video heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Und jetzt neuerdings samstags die News. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal monetär durch eine YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Aber zum Thema der heutigen Folge. Zuerst einmal muss man ja festhalten, dass die Rakete sehr wahrscheinlich in China erfunden wurde. Zumindest sind die ältesten Überlieferungen, die wir so kennen von Raketentechnik aus China. Ich habe es eingangs relativ plakativ in den Raum gestellt, von wegen wir spielen nicht ansatzweise in der gleichen Liga hier in Europa wie die chinesische Raumfahrt. Um das zu verdeutlichen, also China hat in den letzten vier Jahren so viele Orbitalraketen gestartet wie Europa in den vergangenen 20 Jahren. Und ja, da hilft es auch nicht, dass wir uns Europäer das mal ganz gern schönreden. Wenn du viele Raketen bauen kannst, kannst du viele Raketen bauen. Wenn du viele Raketen starten kannst, dann kannst du viele Raketen starten. In dem Video heute geht es aber nicht um die Politik, die das ermöglicht hat und nicht, was da wie vielleicht von woanders übernommen wurde. Vielmehr soll ein Überblick auf die von der chinesischen Raumfahrt eingesetzten Raketen gegeben werden. Wenn man ein bisschen Plan von chinesischen Raketen hat, dann hat man den Namen Langer Marsch oder Long March schon mal gehört. Ohne dazu sehr auszuholen, war der Lange Marsch der Rückzug der kommunistischen Streitkräfte unter der Führung von Mao Zedong. Der Lange Marsch 1934 bis 1935 wurde zum zentralen Gründungsmythos der kommunistischen Partei Chinas und festigte die Führungsrolle von Mao Zedong. Neben den chinesischen Trägerraketen tragen übrigens auch die chinesischen Atom-U-Boote den Namen Zhang Zeng, also Langer Marsch. Das spreche ich bestimmt völlig falsch aus. Entschuldigung. Fun fact, da die Tonhöhe bei der Aussprache von Mandarin oder Kantonesisch sehr wichtig ist, gibt es in China überdurchschnittlich viele Absoluthörer. Das sind Menschen, die ohne Bezugssystem die Tonhöhe eines Tons benennen können. Aber zurück zu den Raketen. Wenn ihr im Internet weiter recherchiert, findet ihr so übrigens zwei Abkürzungen. LM für Long March oder CZ für Zhang Zeng. Wie bereits gesagt, gibt es über 30 unterschiedliche Varianten der Langer Marsch. Und ich musste mir selbst erstmal überlegen, wie ich da Ordnung reinbringe. Was macht man dann? Genau, erstmal eine Excel-Tabelle mit allen Daten basteln. Hier geht ein großes Dankeschön an Dennis aus dem Discord-Recherche-Team, der mir geholfen hat, die Bälle zu füllen. Danke Dennis. Fangen wir vielleicht mal am historischen Anfang an. Die erste ballistische Rakete in China war die militärische Dongfeng-1. Dongfeng bedeutet Ostwind und noch heute tragen viele der ballistischen Raketen aus China diesen Namen. Die Dongfeng-1 wurde mit sowjetischer Hilfe in China gebaut und war eine Kopie der sowjetischen R-2. Wobei die R-2 wiederum eine Weiterentwicklung der sowjetischen R-1 war, die wiederum ein Nachbau der deutschen A-4 war, besser bekannt unter dem Namen V-2. Aber ich schweif schon wieder ab. Heute soll es aber um die Langer Marsch gehen. Und auch wenn man Orbitalraketen mit Sicherheit auch militärisch nutzen kann, geht es bei den über 30 unterschiedlichen Versionen der Langen Marschraketen um orbitale Trägerraketen. Der erste chinesische Satellit wurde mit einer Langen Marsch-1 am 24. April 1970 gestartet. Also nicht ganz ein Jahr nach der Mondlandung der Amerikaner. Die erste europäische Trägerrakete, die übrigens eine Nutzers in einen Orbit brachte, war die britische Black Arrow. Jedoch wurde diese nur viermal gestartet und erst bei ihrem letzten Flug 1971 hat sie eine Nutzers in einen Orbit abgesetzt. Das Programm wurde nach diesem Flug eingestellt und es dauerte bis 1979, bevor Europa mit der Ariane 1 wieder eine Orbitalrakete zur Verfügung hatte. Also Langer Marsch-1 gleich die erste Trägerrakete der Chinesen, die erfolgreich eine Nutzers in einen Orbit gebracht hat. Und keine Angst, die Institutionen des chinesischen Raumfahrtprogramms schauen wir uns auch nochmal an. Heute wie gesagt der Fokus auf der Langen Marsch-Trägerrakete. Bisher erfolgreich geflogen sind Versionen von Langer Marsch-1 bis 8. Die Langer Marsch-9 wird nämlich die neue Schwerlastrakete der chinesischen Raumfahrt. Sie soll bis 2030 einsatzbereit sein und die extrem ambitionierten Pläne der chinesischen Raumfahrt für riesige Raumstationen sowie bemannte Mond- und Mars-Missionen umsetzen. Just für diese Rakete wurden gerade radikale Designänderungen bekannt gegeben, die meiner Meinung nach das chinesische Raumfahrtprogramm mehr in Richtung Starship verschieben. Die Langer Marsch-9 schauen wir uns im zweiten Teil dieses Videos genauer an. Eine Langer Marsch-10 gibt es noch nicht und die Langer Marsch-11 ist eine reine Feststoffträgerrakete und basiert vermutlich auf der JL-2, was eine U-Boot-gestützte chinesische Intercontinentalrakete ist. Aber ich hatte dir ja ein System für die Einordnung der Langen Marsch-Raketen versprochen. Okay, bleiben wir erstmal bei der Langen Marsch-1 bis 4. Die würde ich jetzt mal als erste Generation von chinesischen Trägerraketen bezeichnen. Durchnummeriert nach ihrem jeweiligen Erstflug gibt es für jede Ziffer mehrere Versionen, die für gewöhnlich mit A, B, C usw. gekennzeichnet sind. Wenn wir die Langer Marsch-1 mal ausklammern, die einen Durchmesser von 2,25 m hatte, haben alle Langer Marsch-2 bis 4 einen Hauptdurchmesser von 3,35 m. Und alle Langer Marsch-1 bis 4 werden in der ersten und zweiten Stufe und wenn vorhanden in den Boostern Hypergol mit offenem Gasgenerator-Nebenstromzyklus angetrieben. Bis auf die Langer Marsch-1, wo mit Salpetersäure als Oxidator gearbeitet wurde, werden die Langer Marsch-2 bis 4 mit der Kombination D-Stickstoff-Tetroxid und UDMH, also unsymmetrisches Dimethylhydrazin, angetrieben. Wenn du noch nicht weißt, was Hypergol-Treibstoffe sind, schaust du hier. Wenn du mich und den Kanal schon ein bisschen kennst, weißt du, ich finde Raketentriebwerke immer ziemlich klasse und da mache ich definitiv mit Alneas nochmal ein Video zusammen. Ja, über die chinesischen Triebwerke. Gerade in den letzten Jahren hat die chinesische Raumfahrt erstaunliche neue Triebwerke hervorgebracht. Wie gesagt, wird ein eigenes Video. Hier für dich grob zusammengefasst. Alle Langer Marsch-1 bis 4 haben ausnahmslos offene Verbrennungszyklen. Also ähnlich zu F1, der Saturn V, dem Merlin, der Falcon 9 oder dem Vulcan, der Ariane 5. Da wird nämlich im Nebenstromverfahren etwas vom Treibstoff abgezwackt, um eine Turbopumpe anzutreiben. Das Abgas wird dann einfach seitlich am Triebwerk ausgestoßen und ist für die Impulserzeugung verloren. Einfaches Prinzip stand der Technik seit 1942 und so vermutlich das erste, worüber man nachdenkt, wenn man vorhat, eine Rakete mit Flüssigtreibstoffen zu bauen. Ich habe es eingangs schon angekündigt. Das Video heute wird von NordVPN gesponsert. Meine erste Werbepartnerschaft. Wie aufregend. Und worum geht es dabei? Um Daten. Um eure Daten. Und wie ihr sie am besten schützen könnt. Durch die Nutzung eines VPN-Zugangs ist die Verbindung zum Beispiel von deinem Rechner bis zum VPN-Gegenstück verschlüsselt. Und das bedeutet ganz genau Sicherheit für all deine Daten. Befindest du dich in einem nicht gesicherten Netzwerk, das kann schon das WLAN in einem Café oder Hotel sein, kann die Kommunikation zwar auch mit einem VPN abgefangen werden. Durch eine Verschlüsselung ist sie für den Bösewicht aber im besten Fall nutzlos. Und frag mich bitte nicht, warum Hacker angeblich immer mit schwarzen Wollmützen, Lederhandschuhen und Sonnenbrill am PC sitzen. Ob du also gerade in einem Konzept für die Weltherrschaft bastelst, eine geniale Idee für einen neuen YouTube-Kanal festhalten möchtest oder einfach nur, dass deine Daten auch deine Daten bleiben. Ja, so klappt es. Der vermutlich bekannteste Einsatzzweck von VPN-Clients wie NordVPN ist Geoblogging. Sehr nerviger Fall, du kannst trotz laufendem Abo im Urlaub nicht die Serie weiterschauen, die du in Deutschland angefangen hast. Das hätte ich persönlich bei TheExpense kaum ausgehalten. Ja, dank VPN hast du weiterhin Zugriff auf all deine Abos. Natürlich geht das potenziell auch andersrum. Inhalte sind in Deutschland noch nicht verfügbar. NordVPN an und auf das Land eingestellt, wo die Serie schon verfügbar ist. Und losgucken. Wenn ihr meinen Link nordvpn.com slash senkrechtstarter benutzt, bekommt ihr 73% Rabatt auf ein Zwei-Jahres-Abo und zusätzlich vier Extramonate geschenkt. Wenn ihr das Ganze nur mal ausprobieren wollt, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Für den Kooperationsdeal mit NordVPN geht ihr auf nordvpn.com slash senkrechtstarter. Den Link packe ich euch aber auch unter das Video. Eine Langermarsch, die ich hier nochmal gesondert nennen möchte, ist die Langermarsch 2F. Denn sie bildet das Rückgrat der chinesischen bemenschten Raumfahrt. Ich sage bewusst bemenscht, denn China hat mit zwei Taikonauten genauso viele Frauen in den Weltraum gebracht wie die ESA. Wobei die Quote für die Chinesen spricht. Hier waren es zwei von zwölf geflogenen Taikonauten, während bei der ESA auf dem nächsten 29 Astronauten insgesamt nur zwei Frauen kommen. Und wenn wir schon den Vergleich mit China bemühen, wenn wir ehrlich sind, hat die ESA eigentlich noch keinen einzigen Menschen ins All gebracht. Denn die Raumschiffe, Raumanzüge und Raketen sind alle russisch oder amerikanisch. Alle Menschen mit chinesischer Staatsbegriffschaft, die je im Weltraum waren, sind mit chinesischen Raketen und chinesischen Raumschiffen geflogen. Ja, Europa hat ein Astronautenprogramm, was ich ziemlich cool finde. Aber sagen wir es mal in einer Dorf-Disco-Analogie. Es gibt die coolen Kids mit eigenem Auto, die immer fahren und dann gibt es die Europäer. Und wir sind mehr so die Mitläufer mit reichen Eltern, die dann im Club die Getränke bezahlen, damit wir auch das nächste Mal mitgenommen werden. Und wenn dann auch Indien bemannt fliegt, müssen wir ja nicht mehr so Angst haben, dass wir nicht zur Party kommen. Irgendwer wird den pubertierenden Europäer mit den Minderwertigkeitskomplexen schon mit in die Dorfdisco nehmen. Ja, da ist es wieder, das Nudging. Bevor wir uns die nächste lange Marschrakete anschauen, hat dir mein Video bisher gefallen? Ja, dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und neuerdings Samstag die News. Weißt du noch, wie alle lange Marsch 1 bis 4 in der 1. und 2. Stufe sowie in den Boostern angetrieben werden? Genau, Hypergolen mit offenem Gasgenerator und Nebenstromzyklus. Der nächste große technologische Schritt wurde dann mit der langen Marsch 3 realisiert. Die langen Marsch 3 hat nämlich eine kryogene Wasserstoff-Sauerstoff-Oberstufe dazu bekommen. Wasserstoff ist als Raketentreibstoff nicht ganz einfach, aber durch seinen hohen spezifischen Impuls gerade in Oberstufen sehr beliebt. Grob kannst du dir merken, jedes Kilo, das sich in der Oberstufe sparen lässt, ist direkt ein Kilo mehr Nutzlast. Bei Boostern oder Unterstufen ist das Verhältnis viel schlechter, weswegen man da eher Kompromisse zugunsten der Kosten eingeht. Bei der langen Marsch 4 hat man übrigens weiter in der dritten Stufe auf Hypergolen-Treibstoffe gesetzt. Cool, jetzt haben wir schon den Großteil der langen Marsch-Raketen durch. Nicht nur an Versionen, auch was die bisherigen Starts angeht. Langer Marsch 1 bis 4 kommen zusammen auf über 350 Starts, während die Langer Marsch 5 bis 8 zusammen noch nicht mal auf 30 Starts kommen. Die gibt es natürlich aber auch noch nicht so lange, mehr so der kurze Marsch. Aber nochmal kurz zurück zur Langer Marsch 1 bis 4. Was sagen diese Buchstaben? Ja, damit werden die unterschiedlichen Versionen bezeichnet. Also zum Beispiel Leistungsupgrades durch mehr Tankkapazität, was dann auch längere Versionen sind, oder Versionen der jeweiligen Grundrakete in Ausführung ohne Booster oder mit 4 Boostern. Kommen wir jetzt zur nächsten Generation an chinesischen Trägerraketen. Langer Marsch 5 bis 8. Wenn wir uns die Erststarts dieser zweiten Generation von Trägerraketen ansehen, passt hier die zählweise chronologisch nicht so ganz. Das liegt wohl an Verzögerungen in den jeweiligen Entwicklungsprogrammen. Gemeinsam ist ein Langer Marsch 5 bis 8 der nächste Technologieschritt. Während bei Langer Marsch 1 bis 4 nur die dritte Stufe der Langer Marsch 3 mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff kryogen war, ist man bei Langer Marsch 5 bis 8 komplett auf kryogene Antriebe gewechselt. Bei der Langer Marsch 5 sind das in der Hauptstufe flüssiger Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff. Genau, das ist die Kombi, die in der Oberstufe der Langer Marsch 3 schon so effizient war. Sonst sind es bei allen Boostern von Langer Marsch 5 bis 8 und Hauptstufen der Langer Marsch 6 bis 8 Kerosin und flüssiger Sauerstoff. Kryogene Treibstoffe sind technologisch anspruchsvoller. Dafür hat die Kombination von Kerosin und flüssigem Sauerstoff von sich aus ähnlich zu der Kombination von LOX und LH2, also Sauerstoff mit Wasserstoff, schon von der Chemie her einen höheren spezifischen Impuls und damit mehr Effizienz als die giftigen Hypergolenkombinationen von Langer Marsch 1 bis 4. Aber nicht nur die Treibstoffe waren next level shit, sondern auch bei den Triebwerken ist man auf den viel anspruchsvolleren gestuften Verbrennungszyklus gewechselt. Achtung, Nudging, Europa hat bisher kein einziges Triebwerk mit gestufter Verbrennung geflogen. Wenn es gut läuft, wird das die Rocket Factory Augsburg vielleicht ändern. Die sind ja gerade dabei, so ein Triebwerk zu entwickeln. Aber stand jetzt, auch bei den Raketenantrieben ist man in China einen Schritt weiter. Vergleichbar wäre vielleicht noch die Langer Marsch 5, die ähnlich zum Vulcan der Ariane 5 mit offenem Gasgenerator-Nebenstrom-Verfahren flüssigem Wasserstoff mit flüssigem Sauerstoff verbrennt. Und all diese Entwicklungsschritte ist man angegangen und all die Raketen hat man entwickelt, obwohl China vom kommerziellen Satellitenmarkt de facto eigentlich ausgeschlossen war. Hintergrund, in den USA hat man in den 90er Jahren Satellitentechnik nachträglich wieder unter Schutz der nationalen Sicherheit gestellt. Das Stichwort heißt ITER und steht für International Traffic in Arms Regulations. Ja, und da viele gängige Satellitenbauteile aus den USA kommen, durften diese nicht mehr mit chinesischen Raketen gestartet werden. Damit war der kommerzielle Satellitenmarkt für China eigentlich gesperrt. Auslöser war offiziell der Fehlstart von Intelsat 708, bei dem eine Langer Marsch 3b in ein evakuiertes Dorf stürzte und dort Menschen tötete. Die Anzahl von Toten variiert stark je nach Quelle. Ein Thema, das ich heute ganz bewusst ausgeklammert habe, war die Problematik mit Erststufen und Boostern, die auf bewohnte Gebiete fallen. Gar nicht schön, aber sonst immer das Erste, was man über die chinesische Raumfahrt hört und liest. Habe ich ja auch schon ein Video darüber gemacht. Das Problem ist natürlich auch in China bekannt und man arbeitet an Lösungen. Etwas, das man wohl schon erfolgreich getestet hat, ist die Erststufen und Booster mit Grid-Fins kontrolliert in kleineren, ausgewiesenen Gebieten einschlagen zu lassen. Eine weitere Lösung, an der gearbeitet wird, schauen wir uns in der nächsten Folge über die neueste Generation an chinesischen Raketen an. Nämlich das Wiederlanden von Erststufen. Genau, so wie die Falcon 9 von SpaceX. Aber zurück zu den Exportbeschränkungen der USA. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber meine Vermutung wäre jetzt, dass ITA mittelfristig keine Rolle mehr für China als Marktausschluss spielen wird. Wenn China einfach eigene Satellitenbusse bereitstellt und den Kunden den Raumfahrtteil komplett abnimmt oder die Satelliten durch den New Space so günstig werden und die eingesetzte Technik so trivial, ja, wird man nicht mehr auf teure Spezialtechnik aus den USA zurückgreifen müssen. Dann wird es einfach der Marktpreis regeln. Und da China die Raumfahrt als Schlüsseltechnologie stark subventioniert, wie übrigens auch Amerikaner und Europäer, bin ich mir sicher, dass China seine Staats wettbewerbsfähig anbieten wird. Oder die Staats werden wie die chinesische Entwicklungshilfe und die Infrastrukturprojekte genutzt, um Außenpolitik zu betreiben. So startet China schon für Länder wie die Philippinen, Indonesien, Nigeria, Venezuela, Pakistan, Bolivien und Argentinien-Satelliten. Würde mich jetzt mal interessieren, wie China-freundlich diese Länder bei UN-Versammlungen abstimmen. Aber überschweifen ab. Ich habe öfter in dem Video gegen die europäische Raumfahrt gejetzt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die europäische Raumfahrt doof finde oder ich ein super Fanboy der chinesischen Raumfahrt wäre. Man muss die Errungenschaften der chinesischen Raumfahrt einfach mal neidlos anerkennen. Klar findet man auch Haare in der Suppe, wie das erreicht wurde. Trotzdem wurde es in China erreicht und nicht in Europa. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die europäische Raumfahrt aktuell macht und was sie plant, zukünftig zu tun, dann muss man leider sagen, das reicht nicht, um in die Raumfahrtgeschichte einzugehen oder breitenwirksam zukünftig Generationen für Raumfahrt zu begeistern. Und jetzt bitte keine Ausreden, warum das in Europa nicht gehen soll. Ich mag Ideen und Möglichkeiten hören, unter denen Ähnliches auch in Europa möglich ist. Klar müssen wir dann als Gesellschaft auch darüber diskutieren, ob wir das als Europäer überhaupt wollen. Kritiker finden Ausreden. Macher finden Wege. Und ich wünsche mir so, so, so sehr, dass wir als Europäer friedvoll Großes umsetzen. Das soll sich jetzt nicht nur auf die Raumfahrt beschränken. Aktuell habe ich aber leider das Gefühl, dass die Raumfahrt so ein bisschen ohne uns stattfindet und die Dinge, die wir uns in Europa vornehmen, so ambitioniert sind wie ein deutsches Wahlprogramm. Aber zurück zu den Raketen. In der nächsten Folge schauen wir uns unter anderem an, wie die Lange Marsch 8 in die Fußstapfen der Volke 9 von SpaceX treten möchte. Denn in China arbeitet man daran, die Unterstufe der Lange Marsch 8 inklusive Seitenboostern wieder zu landen. Und auch das Starship hat man sich ganz offensichtlich nicht nur bei uns in der Community sehr genau angesehen. Vielen Dank an Jakob aus der Discord-Community, dass er mir schnell mal eben alle Lange Marsch in Blender nachgemalt hat. Vielen Dank an Dennis für die Hilfe bei der Recherche und das Korrekturlesen des Skripts. Großes Dankeschön geht wie immer an euch, die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Und besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützt. Vielen, vielen Dank. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal über Raumfahrt möglich. Dankeschön. Wenn du die nächste Episode und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter und dann samstags immer die News. Wenn dir das Thema heute gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.